Heute am 12. Dezember öffne ich das zwölfte Türchen und dahinter ist das keine Ahnung lachen. Ihr kennt vielleicht die Situation in denen ihr überhaupt keine Ahnung hat was das Gegenüber gerade will und da hilft Schultern hochziehen einatmen und die Luft raus lachen. Keine Ahnung was ich der Schwiegermutter schenken soll. Keine Ahnung was ich Heiligabend kochen soll. Keine Ahnung wie ich das alles noch schaffen soll. Immer wenn ihr jetzt keine Ahnung habt zieht die Schultern hoch, atmet ein und lacht die Luft raus. Lacht's gut und auf Wiederlachen.